Hey Leute, was geht? Hier ist euer Red Marek und wir haben wieder den chillige Location, wo ihr euch reinglitschen könnt. Das ist innerhalb von wenigen Sekunden machbar. Und zwar ihr müsst zu diesem Polizeirevier hier hin. Und dann stellt ihr euch direkt an die Tür hier ran. Dann geht ihr auf das Touchfeld und in den Interaktionsmenü. Und dann halt auf Passivmodus. Macht ihr an. Und dann geht ihr sofort wieder aus dem Passivmodus raus. Dann seht ihr unten die Uhrzeit. Dann müsst ihr so ein bisschen gegenlaufen gegen diese Tür. Und dann sobald die Uhrzeit vorbei ist, also hier Zeit abgelaufen ist, solltet ihr automatisch so ein bisschen reinlaufen können. Ohne welche Probleme. Und tada, ihr seid Renner. Also Leute, war ganz schnell, ganz kurz. Und ihr könnt ja hier rausballern. Leider kann man auch von draußen nach innen reinballern. Das ist ein bisschen doof. Aber egal. Also Leute, haut rein. Ciao. Also Leute, haut rein. So Leute, haut rein. So Leute, haut rein. podaza.com Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.